Der Stufenbahn, das Reck der Turnerinnen mit blitzschnellen, verwirrenden Drehungen und Flugteilen voller Risiko. Am besten verdeutlicht dies die Übung der jüngsten Bulgarin, der 15-jährigen Pepa Katsarkova. Ein kleiner Wirbelwind zwischen den Holmen, die Tkatschow-Grätsche, bekannt von den Turnern am Reck. 9,75 Punkte für diese Übung, die mit dem Doppelsalto aus der Riesenfelge